Ich schnappe mir ein paar Schacks und eine Jacke. Ich habe kein Geld, keinen Ausweis, keine Handtasche. Aber ich werde hier nicht wie eine Gefangene eingesperrt herumsitzen, ohne Kontakt zur Außenwelt. Vorsichtig spiele ich aus dem Zimmer und sehe gerade, wie Geld einen Gang entlang geht und in einem weiteren Zimmer verschwindet. Ich weiß nicht mal, wo sich hier alles befindet oder was sich hinter all den Türen verbirgt. Ich will nur noch raus aus dieser ungewohnten, beklemmenden Wohnung, in der man mich buchstäblich gefangen hält. Die Tür zum Aufzug ist zu und ich überlege, ob ich ohne Code den Aufzug starten kann. Die Treppe wäre die bessere Alternative. Seufzend schleiche ich los und finde tatsächlich eine Ausgangstür zu einem Treppenhaus. Leise schließe ich die Wohnungstür hinter mir und starre auf die vielen Stufen. Pennte aus. Schießt es mir durch den Kopf. Ich gehe vier Stockwerke tiefer und finde eine Tür zu einem sehr eleganten Gang. Vorsichtig gehe ich diesen entlang und finde tatsächlich einen normalen öffentlichen Aufzug. In was für einem Gebäude bin ich überhaupt? Im Aufzug steht der elegante Schriftzug Escalar mit dem dazugehörigen Logo. Ich wohne im Escalar? Oh mein Gott, er muss mehr als nur reich sein, wenn er hier im Penthouse wohnt. Ich drücke die Taste für das Erdgeschoss und schicke ein stummes Gebet zum Himmel, dass meine Flucht unbemerkt bleibt. Gail denkt bestimmt, dass ich noch im Schlafzimmer bin. Als sich die Tür zum Foyer öffnet, ziehe ich den Kopf ein und eile zum Ausgang, während mein Körper verlangt, dass ich umdrehe und mich sofort wieder nach oben bewege. Meine Rippen pochen, mein Kopf dröhnt, aber ich will nur noch raus hier. Raus aus diesem Hochhaus, raus aus dem Luxus, der mich zu ersticken droht und zurück in mein einfaches, unkompliziertes Studentenleben. Ich hasste auf die Straße und bin irgendwie erleichtert, als ich diese erreicht habe. Der Himmel ist grau und Wolken verhangen, aber die Luft ist klar und ich atme tief und erleichtert durch. Ich entkommen, jubelt eine innere Stimme und langsam setze ich einen Fuß vor den anderen, ohne zu wissen, wohin ich eigentlich möchte. Allein draußen zu sein, reicht mir im Moment. Meine Kopfschmerzen werden besser, die klare Luft hilft mir beim Atmen. Ich hätte gar nicht gemerkt, wie angespannt und verkrampft ich die ganze Zeit wohl war. Drei Querstraßen weiter sehe ich meine Bankfiliale. Die Bank, bei der ich als Anastasias Steele ein Konto hatte. Leider habe ich keinen Ausweis dabei, aber ich kenne meine Daten, betrete mutig die Filiale. Ein untersetzter älterer Mann steht hinter dem Schalter und sieht mich freundlich an. Guten Tag, begrüßt er mich unverbindlich. Ich erkläre ihm, dass ich meinen Geldbeutel verloren hätte und ein wenig Bargeld von meinem Konto abheben möchte. Er nickt verständnisvoll und fragt nach meiner Sozialversicherungsnummer und meinem Geburtsdatum. Als ich die Frage zu seiner Zufriedenheit beantwortet habe, kann ich ohne Probleme 200 Dollar abheben und fühle mich sofort wohler. Kontrolle. Mein Konto existiert noch und ich habe wieder ein wenig Zuversicht, dass es Anastasias Steele noch gibt. Mit meinem neuen erworbenen Reichtum wandere ich durch die Gegend und überlege, was ich jetzt tun möchte. Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut und verloren. Wo soll ich jetzt hin? Was kann ich tun? Seufzend steige ich in ein Taxi, das an der Straßenecke steht. Ich weiß, wer mir zumindest ein paar Antworten geben kann, wenn mein Mann mir nicht im Nacken sitzt. Der einzige Ort in Seattle, an dem ich jemanden kenne und weiß, wo diese Person sich befindet. Der Taxifahrer nickt, als ich ihm das Ziel nenne und als der Wagen losfährt, habe ich ein wenig Zuversicht. Wir schaffen das, mummele ich und lege meine Hand über meinen noch flachen Bauch. Aber dazu brauchen wir Hilfe. Ich überlege, was Christian wohl zu meiner Flucht sagen wird und wie er reagieren wird. Ein eiskalter Schauer läuft mir über den Rücken. Er wird diesmal, so wie ich ihn inzwischen einschätze, wahrscheinlich richtig ausrasten. Zornig versuche ich mich zu beruhigen. Wenn er mir ein Handy gegeben hätte, wäre ich ja erreichbar. Wenn ich ihn hätte anrufen können, hätte ich es eventuell getan. Aber er hat beschlossen, mich wegzusperren. Er ist selbst schuld, oder? Meine kleine Stimme in mir mohrt, dass er wahrscheinlich nicht mit meinem Drang nach Freiheit gerechnet hat und dass wir eigentlich noch über nichts gesprochen haben. Ich bringe diese Stimme zum Schweigen und starre aus dem Fenster. Ich brauche dringend Antworten, die er mir aber nicht geben wird. Also habe ich keine andere Wahl. Außerdem bin ich froh, momentan selbst die volle Kontrolle über mich und die Situation zu haben. Ohne Überwachung. Ich bin aufregelend Middel systematic. Und habe mich dankbar.